Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Freundlich und engagiert von der Anmeldung bis zur Prüfung. Das ist die Cityfahrschule an ihren beiden Standorten Kitzingen und Marktbreit. Seit über 25 Jahren begleiten Familie Schärmer und ihr erfahrenes Team Fahranfänger aller Altersgruppen zuverlässig auf ihrem Weg zum Führerschein. Schon beim ersten Beratungsgespräch in der modernen Fahrschule spürt man, dass hier der Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Ob LKW, Auto, Zweirad oder Anhänger. Für maximale Fahrfreude umfasst der Fuhrpark verschiedene Modelle namhafter Hersteller. Besonders bekannt ist man für die praxisorientierte Bike-to-Bike-Ausbildung im Motorradbereich. Von flexiblen Unterrichtszeiten bis hin zu zeitgemäßen Schulungen via Fahrsimulator. Vereinbaren Sie einen Termin bei den sympathischen Profis und freuen Sie sich auf ein engagiertes Team sowie eine Top-Ausbildung mit überdurchschnittlicher Erfolgsquote. Cityfahrschule – bereit für die Straße?